Da habt ihr den Salat, Riesen-Rat. Mir ist nichts Besseres eingefallen, es tut mir leid. Wir sind zurück in Metal Gear Rising Revengeance Folge 7. Fritz spielt immer noch und ich habe ihm eben in der Pause schon ein Kompliment gemacht, er macht das total gut. Das war es jetzt wahrscheinlich mit dem, dass was klappt in dem Spiel. Jetzt habe ich es verschrien. Ja, das stimmt. Du kannst den Gecko wieder, wenn du dich... Schau nur nicht, dass der andere Cyborg dich sieht, der da entgegenkommt. So, warte mal, kann ich hier irgendwo hoch? Ja, da kannst du dann so hochkommen. Oh, guck mal, das musst du mit Blade-Modus aufschneiden, das ist so eine Spezialkiste. Da sind immer wertigere Sachen drin. Also meistens so schaltest du damit Upgrades frei. Was ist das? Ne, das sind nur Kampfpunkte jetzt, relativ viele gewesen. Aber da sind zum Beispiel Sachen drin wie Lebensverbesserung und Blade-Energie-Verbesserung, die du dann erst kaufen kannst. Ne, die kannst du dann erst kaufen. Ah, okay. Na super. Na ja, wenn du das Spiel neu kaufst, jetzt spielen wir ja mehr oder weniger auf deinem Account Spielsharing auf zwei Accounts, Sanu. Wenn du das, also dem Spiel beigelegt ist ein DLC-Code für so ein Metal Gear... Könnte ich den von hinten irgendwie? Den kannst du von hinten abstechen, wenn du es schaffst, dich halt anzuschleichen, ohne dass der andere dich sieht. Ha! Und Blade-Modus an! Na ja, den Hauptpreis nicht, aber geil genug sah es aus. Den kriegst du auch noch. Aber hat offensichtlich niemand gehört. Er ist dann auch der Wachmann des Jahrhunderts. War da was? Ach, shit. Was sind's alle? Also Sonderpreise gibt's für den nicht. Ne. Für den Herrn. Aber... Ja, ja. Also... Ich frag mich halt immer so... Naja, ein bisschen hören tun sie schon. Ich frag mich halt immer so... Ich frag mich halt immer so... Ich frag mich halt immer so... Man ist sehr schnell dabei, so dummes Wachmann-Verhalten in Spielen zu verurteilen. Weil es halt so, wenn man einfach zuschaut, ultra dämlich aussieht. Ja. Ich frag mich aber halt, wie viel Spaß das Spiel noch machen würde, wenn die sich wirklich realistisch verhalten würden. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Balance, nachdem ja viele haben. Es ist ja nicht... Also, KIs zu programmieren, das ist unglaublich schwer. Und sie aber dann auch noch so zu programmieren, dass es Spaß macht. Also sie dann auch noch gut ins Gameplay reinzusetzen, ist nochmal schwerer. Also, das ist ein... Ich glaub mit einer schwersten Sachen in so einem Spiel das vernünftig hinzukriegen. Und dann gibt's ja immer noch diesen Unterschied. Guck mal, der hat zum Beispiel so einen Arm, den du abschneiden kannst. Jetzt Blade-Modus an. Blade-Modus an und den Arm von oben nach unten. Könnte klappen. Also, wenn du das richtig gemacht hast, dann liegt der Arm so grün schimmernd am Boden. Beide gleichzeitig. Und noch eine Wirbelsäule. Ich glaub, der Zweite hat nicht geklappt. Der war zu weit weg. Der stand zu weit weg. Nein, irgendwie stand er nah genug dran, aber... Es ist immer diese Unterschiede zwischen KI und Wegfindung. Also, dann Marc theoretisch weiß die Figur, wo sie hingehen soll. Also, warum sie da hingehen soll, sie weiß aber nicht, wie sie da hinkommen soll. Das ist jetzt so ein Bonus-Ding, du kannst nochmal zurückgehen. Jetzt hab ich die Tasse schon gedrückt. Ja, du kannst doch ruhig nochmal umdrehen, aber extra Kampfpunkte nochmal. Das ist öfter mal im Spiel. Das ist natürlich auch ein ganz billiger Trick, um die Spielzeit zu strecken, aber... Oh Gott, muss ich jetzt gegen Hubschrauber kämpfen? Ja. Ach, fuck. Das ist doch... Warum sagst du da nix? Ich mag die doch nicht. Das ist doch so cool. Na, guck. Das sind die dummen Piloten, die ins Haus reinfliegen. Und mit dem Rotor einen ganzen Baum am Schneiden. Das ist ja geil, dass die tatsächlich, äh, die Rotoren das tatsächlich kaputt machen. Das hat man nicht so oft. In Saints Row war es nicht, gell? Dass die Rotoren... Gott sei Dank. Sehe ich irgendwie, wie viel Leben die normalen Gegner, also diese Gegner jetzt haben? Naja, du siehst halt immer diese Anzeigen. Wenn sie halt schwer verwundet sind, leuchten sie so blau. Wenn dieses Schriftzeichen drüber ist, dann heißt es diesen E kurz vor Exitus. Aber sie haben keine so ne... Der ist zum Beispiel gestunt gerade eben. Jetzt kannst du ihn finishen mit Late-Modus oder mit... Ja, aber ich komm da ja nicht... Jetzt mit Ninja-Run hinlaufen. Warum hat das jetzt leider nicht geklappt? Weil der Winkel zu spitz ist. Einfach auf ihn zu. Achso, man muss aber schon noch auf ihn zielen. Ja. Ja, da kommen da eine ganze Menge Finessen rein. In die ganze... In das ganze Kanz-Kanz-System. Ich dachte, man muss dann einfach nur irgendwie dieses Rennen machen. Nee. Achso, da ist ja noch einer. Sala. Scheiße. Oh, fuck. Jetzt hätte... Jetzt wäre der Dings cool gewesen, der... Konter. Dieser Wegsprung. Oh, was war denn das? Ein Slowdown? Der hat das Riesenrad mitgenommen mit seinem Heck-Rotor. Kannst du das eigentlich auch zusammenschneiden? Ja, das war ein Schneid-Objekt gewesen. Also er hat mir gezeigt, dass er das erlauben würde, jetzt zu schneiden. Was man nicht machen kann, ist irgendwie... Jetzt kommen wir gleich wieder mit Ninja Run. Also bei den Hubschraubern ist es immer so, wenn die so kurz vor kaputt sind, dann machen sie immer dieses Raketendauerfeuer, dass du hochlaufen kannst, so als Treppe quasi. Also es ist nicht so, dass ich ein Objekt auf dem Gegner rauffallen lassen könnte oder so, ne? Die haben kein... Ich glaube nicht so wirklich, ne. Naja, aber es doch... Es kriegt man, glaube ich, halt echt nur, wenn du es wirklich ohne Gegentreffer und in einer flawless Combo schaffst. Das habe ich bisher, glaube ich, irgendwie einmal oder so geschafft, oder zweimal. Jetzt kann ich hier aber weiter, oder? Genau. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen billiges Zeitschinden. Gott. Riders, der Kliff ist gerade am Ende der alten Stadt. Beyond that is the Refinery's Backyard. So, was? It's a sheer drop? The Refinery is not connected to the city at all? No, it was only built two years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Sorry, die nächste Woche gibt es so einen Kanal. Irgendwo. Und dann gehst du da hin. Ja. Oh, die kenne ich auch noch hier. Dwarfs? Dwarfgeckos, oder wie die heißen? Nee. Die gab's schonmal in Teil 4. Genau. In Teil 4. Die sind halt so die totale Weckschmeißware. Da kannst du einfach nur so durchhacken. Aber halt in der Masse halt, also wenn die so mit in der Masse drinstehen, dann packen sie sich halt immer so von hinten. Das stört beim Essen. Das coole ist, die gehen da kaputt, relativ schnell mit zwei, drei Schlägen oder was, und lassen halt sofort so ein Reparaturteil fallen. Das ist nützlich. Ja. Manchmal läuft, funktioniert dieses Hochrennen ganz schön weit. Ja. Ja, das ist auch ein bisschen komisch. Das ist halt immer nur so, wenn der Level-Designer Bock hatte, dass du da hoch kannst. Und mal geht's halt nicht. Weil halt das Level da nicht weitergeht. Okay, da sind jetzt Kameras. Hier gibt's ein Achievement, wenn du alle Kameras zerhackst. Das ist übrigens die Sorte Kamera, die nur filmt, wenn man durch den Laserpointer läuft. Nee, echt? Doch. Dafür bezahlen ja die meisten Leute, dass das Sichtfeld von einem Laserpointer abgedeckt wird. Ist hier noch eine gewesen? Ja, aber hier sind noch Kisten. Ja. Das ist eine Kiste. Und wie, es gibt aber mehr davon noch, oder wie? In dem ganzen Level, ja, ja. Achso, und du musst alle zerschneiden? Alle, ja. Was ist das? Ist das ne Laserpointer? Nee, das ist noch okay, aber danach, also hier kannst du noch durch, aber das jetzt in diesem Gang. Ich glaube, da kommst du mit Ninja Run aber so durch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hattest du selbst gemacht? Du hast es gedrückt, oder? Ja, ja, ja. Scheiße. Was die, also warum es übrigens so viele Cyborgs gibt. Die haben ja, ähm, dieses Sons of the Patriots Computerprogramm ausgeschaltet in Metal Gear 4. Und Sons of the Patriots… Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja, das kommt mir auch voll zuerst 100 Jahre her. Ähm. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie spiellobisch ein dummes Spiel war, aber irgendwie dann doch total emotional. Ja, man hat es, man hat es eigentlich nicht gespielt, man ist von Cutscene zu Cutscene gelaufen. Und obwohl es, also oft dann so dieses komisch gespielt und manchmal so awkward Momente drin hat, Du hast halt trotzdem total mitgegangen von Gefühlen. Ja. Ja, das war ja auch so, dass dieses Sons of the Patriots Programm hat ja auch, ähm, so die totale Internetzensur betrieben. Also jegliche Information, die den Patriots gefährlich werden konnte, wurde halt komplett wegzensiert. Und seit sie die halt abgeschaltet haben, sind mehr oder weniger die ganzen Waffenpläne, die die Patriots halt gehortet haben, so frei in den Markt rausgegangen, wodurch halt PMCs, also halt irgendwie Privatmilitärkonzerne, den totalen Boom erlebt haben, weil natürlich die ganze geile Cyborg-Technologie, die halt sonst die Patriots für sich hatten, frei benutzen konnten. Mhm. Und deshalb gibt es da so viele Cyborgs. Und weil man sonst, weil man da mit der USK leichter erklären kann, warum man pausenlos die Wirbelsäule von Leuten rausreißt und man das alles... Aber alle zwei Sekunden haben sie ja am Anfang noch schnell gesagt, das sind, auch wenn die aussehen wie Roboter, keine Sorge Leute, das sind schon richtige Menschen, die ihr das geschneidet. Haha, ihr bringt da schon ordentlich wen um. Hier, Zielsucher-Kette kann man... Er hat aber auch einen großen Rucksack dabei, oder? Ja. Man sieht den nicht, aber... Ich finde es aber total lässig, dass er halt Panzerfaust so einhändig abschießt, so locker aus der Hüfte. Stilvoll halt. Ja. Wer Metal Gear 2 nicht gespielt hat, der ist ja der Twist, also Raiden ist am Anfang so der blutige Anfänger und da stellt sich eben erst im Laufe des Spiels raus, dass er manipuliert worden ist und ein früher Kindersoldat war und eigentlich viel mehr drauf hat, als er sich am Anfang erinnern kann, dass er aber alles verdrängt hat. Und das wird auch hier nochmal wichtig, diese ganze Kindersoldaten-Geschichte. Okay. Das wusste ich auch gar nicht mehr, dass er die Kindersold hat. Das ist ja so, also in Metal Gear 2 ist er der Bösewicht Solid Snake, also der scheinbar erste Bösewicht. Und Solid Snake ist der Ex-Präsident der USA gewesen. Was? George Sears, also der war eine Amtszeit vorher eben der amtierende Präsident und ist halt genau wie Solid Snake und Liquid Snake so ein Klon von Big Boss. Oh shit, 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 shit. Ja, jetzt reicht's aber mal. Nein, 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 nein. Vorsicht, 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 du hast aber noch fünf von den Heildingern, die nimmt er automatisch, also keine Hektik. Und eben erst während der Mission, die scheinbar zunächst keinerlei persönliche Bedeutung für Weiden hat, stellt sich eben raus, dass Solid Snake der ist, der ihn zum Kindersoldaten ausgebildet hat. Also der ist ihm so eine Kindermann. Wen haben die denn da als Präsidenten gewählt? Naja, das war halt, also der war halt so eine Marionette von den Patriots, die fiel alles über die Patriots. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem er eben gemeint hat, er könnte jetzt, ohne mehr oder weniger die Puppe der Patriots zu sein, da regieren, haben sie ihn halt sofort abgesägt. Und deswegen, also er rebelliert ja mit dieser ganzen Aktion, dem Big Shell-Inzident in Metal Gear 2 gegen die Patriots. Okay. Oh Gott, deswegen. Ich glaube, ich muss das alles nochmal spielen. Was das Komische bei Metal Gear ist, ist halt immer so dieses, niemand würde sich halt so einen Aufwand geben. Was da immer so an Verwirrspielen und Intrigen und so getrieben wird, weil alles was sie davon haben, ist halt diesen ganzen Stress überhaupt nicht wert. Also... Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, auch in diesem Spiel beherrscht niemand die Kosten-Nutzen-Rechnung. Allein was das kostet, was die hier an so Cyborg-Scheiß auffahren. Naja. Der Kampf fliegt eben gerade übrigens richtig scheiße. Boah, was... Was geht denn da? Dumme Kamera. So, da kommen dann aber schon nochmal... Ja, immer wenn Alarm ausgelöst wird. Das ist ja auch wie in den normalen, in den Schleich-Metal-Gear-Spielen. Oben immer mit dieser Alert-Phase und dann ist Caution-Phase und dann ist erst wieder Entwarnung. Auch wenn es hier halt größtenteils wurscht ist, weil in den normalen, in den Schleich-Metal-Gear-Spielen Alarm ist, dann ist es halt meistens sehr viel schlimmer, als wenn es hier ist. Ach guck mal, er macht das tatsächlich automatisch. Ja. Ja, das Kampfsystem ist schon cool. Also, gerade wenn du wirklich in so einen Flow kommst. Ja. Das, ähm... Ich denke mal, ich wäre wahrscheinlich davon überfordert, später auch noch irgendwie alle anderen Sachen, die es so gibt, ähm, zu können. Also, diese ganzen Zusatzschläge, das würde bei mir eine ganze Zeit dauernd, dass ich die nicht verstehen würde. Aber so diese Grundfunktion... Schau mal, da kannst du runter. Das macht... Die machen großen Spaß. Da... Zwischen den Containern da so rein. Da runter. Das ist ein Geheimversteck. Ah. Was gibt es denn hier? Schneid mal den Container durch. Gibt es nicht? Ich... Im Blade-Modus, geh mal im Blade-Modus und hau mal auf den Karton ein. Hehe. Hehehehe. Das ist auch so. Ich glaube, es gibt fünf oder so. Fünf so Leute, die sich halt im ganzen Spiel so Kartons versteckt haben. Da gibt's, glaube ich, auch ein Achievement für, weil ihr alle findet. Das ist ja geil. Das ist ja ein Quatsch. haben wir meistens ist mit einfach ninja gedrückt halten das hat aber ihr wollt ja manchmal spart so rum ich habe schon gesagt es ist nicht ganz so 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 sauber wie in assassin street dieses gelaufe der nimmt ja auch hindernisse meistens automatisch aber schön ist es trotzdem du kannst bevor du da raus gehst du kannst du geh doch mal zurück da geradeaus weiter und dann ist links oben stopp bei den ventilatoren hier zurück über dir da kannst du raus das habe ich auch noch mal im bonus zeug das war die box die er mir angezeigt hat genau guck das ist jetzt ausdauer plus eins ist jetzt freigeschaltet muss es dann kaufen im shop was ist denn meine ausdauer also leben halt ach so leben ist ausdauer ok zur maximalen verwirrung aller zuschauer leben ist ausdauer so ich würde sagen kontrollpunkt machen wir eine pause dann können wir in der nächsten folge hoppen gehen und dann choppen wir bis dann tschüss bis dann Vielen Dank.